Hallöchen Puppelchen und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, es geht weiter mit Questen, wollte ich gerade sagen, mit Bauen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich könnte ja mal was tolles bauen. Zum Beispiel, ja, muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. Moment, ihr seht das dann gleich, ich kann das schwer beschreiben. Ähm, ja, ich baue einfach mal drauf los und schaue mal, wie das Ganze wird. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie groß ist denn das hier, Alter, diese Riesenbrücke hier. Ja, ist doch nicht normal, wer baut denn sowas? Warte mal, ich gehe mal runter. So, ah, oh Gott. Ja, doch, geht so, okay. Die Brücke soll gehen bis nach da vorne, habe ich anscheinend entschieden. Ähm, naja, ich glaube, das reicht so von der Länge her. Das heißt also, die Brücke geht bis hier, wie hoch ist die? Okay, okay, gut. Ähm, mach mal folgendes. Ähm, ich muss mal gucken hier ganz kurz. Die Brücke geht bis hier, Moment, dann baue ich mal, ähm. Hm, 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 hm. Moment. Moment. So, erstmal hier, also. Ähm, das passt so gar nicht, ne? Muss ich gerade überlegen. Ist ungünstig ein bisschen. Ähm. Oh, was ist das denn da? Das geht so aber nicht hier. So, Moment, also. Gut, ich habe mir nämlich überlegt, baust du einfach mal hier. Ja, ich glaube, ich lasse es einfach hier anfangen. Ja, doch, das könnte ganz gut sein. Ein bisschen Erde wegbauen erstmal. So, Moment. Ich zeige euch das gleich mal, wie das denn wird. Ähm. Bisschen Terraforming hier. Ach, schöne Musik haben wir jetzt wieder. Das klingt, glaube ich, noch auf Friedlich, ne? Muss ich gleich mal, muss ich das umstellen? Ich weiß nicht. Ich bin gerade so im Baumodus hier. Ich baue das mir halt so. Ist das von der Größe her vielleicht ein bisschen übertrieben? Ich weiß es nicht. Ich mache es erstmal ein bisschen Terraforming hier. So. So, hupsal, ja? So. Bis, ähm. Na, Moment. So, erstmal das hier weg. So, war. Bis. Das ist ein bisschen groß, ne? Das dauert alles ein bisschen lange. Andererseits brauche ich ja auch sehr viele Steine. Da wollte ich ein bisschen tiefer gehen jetzt hier. Und, äh, ein bisschen tiefer bauen, um da Steine rauszukriegen. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ne? Und dann, ja, mal sehen. Ähm. So, erstmal das hier weg. Bis hier. Gut. Das ist natürlich, das reicht nicht von der Tiefe her, ne? Dann kriege ich nur Erde raus, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil ich brauche ja eigentlich Steine. Warte mal. Wo ist denn hier die Meereshöhe? Das hier ist die Meereshöhe, ne? Ja. Okay. Das ist die Meereshöhe. Gut. Das heißt also, hier noch einen tiefer. Gut. Und, die, dumm, die, dumm. Ich mache jetzt mal ein bisschen terraforming hier. So. Na, und kriege ja doch ein paar Steine, Mensch. Na, siehste. Sind nicht viele, aber es sind ein paar immerhin. Ich hoffe, das wird nicht reichen, oder? Ne. Ne, ich denke mal nicht. Aber ich muss ja da unten noch mehr, noch mehr wegmachen, um das wieder mit Erde aufzufüllen. Das wird schon irgendwie passen. So. Na gut. So. Ups. Oh. Da ist die Schaufel ja schon kaputt. Das ging jetzt aber schnell. Dann, äh, hole ich mir mal eine neue. Moment. Oh, hier ist nur Erde. Hops. 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 Ach, schön, diese Brücke. Vor allem Gras bewachsen total. Äh, ach, hier wächst das sogar. Siehste? Haben wir gerade dem Gras beim Wachsen zugesehen. So. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ja. Dann, ähm, würde ich mal, äh, erst mal eine Schaufel machen. Und vielleicht auch, ne, ein Schwert brauche ich noch nicht. Ich mache erst mal nur eine Schaufel. Möchte gleich zwei. Nein. Ich mache erst mal eine Diamantschaufel gleich mal. Moment. So. Dann geht das ein bisschen schneller. So, die verzauber ich vielleicht auch nochmal. Habe ich noch eine Diamante? Nee. Aber ich habe noch ein Diamant. Ach, diesen Diamantschwert habe ich ja noch. Ach, na, das ist ja. Ich wollte schon überlegen, ob ich noch ein Diamantschwert habe. Äh, mache. Aber ich habe ja schon eins. Ähm. Einen Diamanten brauchen wir. Und ein paar Stöckchen haben wir doch. Warte mal, ich mache erst mal die Leitern hier rein. Die brauche ich gerade nicht. Dann mache ich mal ein bisschen Holz hier sortieren. Äh, ähm. War hier noch Stöcker drin? Nee. Ich brauche, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, brauche ich jetzt noch Holz. Ich lasse das mal erst mal hier. So, hopps. So, hier rein. Und den Apfel brauche ich eigentlich auch nicht. Der müsste in der Küche, ne? Scheiße. Äh, Samen brauche ich auch gerade nicht. Kohle hier rein. Nein. Kohle. Na. Mann. Was mache ich denn hier heute? Äh, habe ich jetzt. Ich glaube, ich habe die Caps-Lock-Taste gedrückt. Statt der Schrift-Taste. Was ist denn los, ey? So. Jetzt. Nee. Hier so die Erde rein. Genau. Hopps. Davon kriegen wir ja noch genug. Dann. E. Und hier oben die Kohle rein. So. Und dann haben wir noch ein bisschen Wirkenholz. Das pflanzen wir mal hier an. Äh, legen wir da mal rein. So. Und die Eichensatzlinge auch. Äh, ups. Zu viele. So. Und dann, ähm, Bogen brauchen wir eigentlich auch nicht. Gerade, ähm, legen wir mal hier rein. So. Und dann, wie ist... Ey, es ist... Das sind alles Hacken. Ja, es ist keine Schaufel dabei. Gut. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Ups. So. Da. Da. Und was ist denn? Das muss die Maus... Nee, ist ja schon schnell. Okay. Gut. Ich habe schon überlegt, ob ich die schneller mache. Aber die ist ja schon so schnell. Haben wir eine Diamantschaufel. Boah, die sieht aber ziemlich grünlich aus. Naja, egal. So. Oder? Ah, naja. So, vielleicht liegt es am neuen Monitor. Ich weiß es nicht. So, packen wir die doch mal hier rein. Schauen wir mal. Oh ja, da waren... Ah, 11. 15. 12. 8. 14. Hat noch vorher 19. Verdammt, warum habe ich das weggeklickt? Kommt auch nur 28 da unten. 10. Nee, 7 will ich auch nicht. 13. Nee. 9. Ah, 19. Lassen wir... Nehmen wir das mal. Was haben wir jetzt? Alter. Behutsamkeit vor allem. Brauche ich ja überhaupt nicht. Alter. Haltbarkeit 3. Effizienz 3. Ist klar. Okay, ich glaube, das ist... Das war jetzt keine allzu schlechte Verzauberung. Das könnte durchaus nützlich sein. Alter Schwede. What the fuck? So. Ja. Hier hinten muss ich auch noch... Das muss ich auch noch wegmachen hier. Alter. Was zur Hölle? Ja, das gibt es ja nicht. Ach, scheiße. Das ist aber Behutsamkeit. Wobei, das ist ja gar nicht so schlecht. Dann kriege ich ja die Erde da raus. Äh, das Grasblöcke. Da kann ich ja im Nefer ein bisschen Gras anpflanzen. Siehste? Alter, das... Ich kann das hier gar nicht richtig abbauen. Das ist einfach... Das geht nicht eh. Das gibt es nicht. Moment. So. Erstmal wieder in den Kies. Ach, dann kriege ich auch jedes Mal Kies. Das ist ja cool. So, erstmal hier wieder zu. Das wächst ja nach. Mein Gott. So. Ähm. Kies. So. Das baut zu... Das Ding baut sich zu schnell. Das Ding ist zu stark irgendwie. Alter. Na klar. Man ist einfach instant. Wie im Creative-Modus einfach durch hier. Praktisch. So, ich mache mal wieder zu. Jetzt kriegst du hier Grasblöcke, eh. Meine Fresse, eh. So. Da muss ich richtig vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel abbau mit der Schaufel. Das gibt es ja nicht. Das ist ja genial. Alter. Da. Das geht weg wie warme Semmel, eh. Na gut. So, Alter. Wie viel Gras ich vor allem jetzt habe gleich. 59 Grasblöcke habe ich jetzt. Ja, ja. So, Autsch. Mann, 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 Mann. Okay. Hier. Hops. Hops. Muss ich mal kurz ein bisschen weghauen. Alles auf diese Höhe, würde ich sagen. Fast. Glaube ich keine allzu schlechte Idee. Ja. So. So, hops. Na, so schnell geht das gar nicht. Das ging doch vorhin so schnell. Keine Ahnung. So. So, ähm. Wobei, eigentlich geht es schon schnell. Hm. Naja, seltsam. So. Waaah. Da haben wir noch zu viel. So. Vor allem wie viel... Äh. Na klar, jetzt habe ich alles voll mit diesen Grasblöcken. Schon klar. Denkt bestimmt... Ach, Gras lässt sich langsamer abbauen als normale Erde, oder was? Verstehe. Aha. Aha. Ups. Jetzt habe ich die Rose weggehauen. Na, so ein Mist. Hier, wenn ich normale Erde... Alter. Na klar. Aber wenn ich Gras abbaue, dauert das ein bisschen länger. Irgendwie... Wow. Alter. Hilfe. Aber es geht hier weg wie warme Semmelnähe. So, Moment. Ich muss leider hier mal... Was ist das denn? Hier hat sich ein Tintenfisch eingenistet. Und da ist einer gereckt und hat einen Tintenbeutel hinterlassen. Auch nicht schlecht. So, jetzt muss der leider mal sterben. Ich müsste mir hier ein Bett bauen irgendwo. Jetzt ist wieder Nacht. Ups. Na nun. Oh, Mist. Ups. Ich wollte hier doch nur hinbauen. So. Okay. Ich baue hier nämlich erstmal... Ich mache erstmal ein bisschen Terraforming hier. So. Okay. Und dann... Ich glaube, ich habe eine andere Idee für die Stadt. Moment. Also erstmal... Ich habe keine normale Erde mehr. Ich habe nur noch Grasblöcke. Genial. So. Erstmal... Alter. Na klar. Ups. Machen wir so. Dann machen wir halt Grasblöcke hin. Mein Gott. Habe ich auch genug. Ich hoffe, hier ist nur ein Tief. Weil tiefer als ein Block möchte ich eigentlich keinen Grasblock setzen. Na egal. Mal. So. Ich muss normale Erde nochmal farmen. Weil ich hier nur Gras habe. Das ist ja auch nicht schlecht. Ach komm. So. Ups. Oh manu, 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 alles voll mit... Wow. Achso. Schaufel. Jetzt habe ich hier nur noch Grasblöcke. Ist ja genial. So. Okay. Gut. Haben wir ein bisschen Terraforming jetzt hier gemacht. Da liegt noch ein Ei. Na klar. So, da werde ich mal ganz kurz pennen. Wo machst du denn da? Pennen gehen. Und das sieht auch irgendwie unordentlich aus. So, Moment. Also. Ups. 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 So. Okay. Ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich die Stadt nicht so kreisrund mache. In der Mitte so eine Burg oder so. Und dann geht das so in Stufen abwärts. Andererseits sehe ich gerade, dass das ja dann riesig groß wird. Vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Dann mache ich lieber nur die Burg dahin und mache woanders einfach nur... Wow. So, jetzt haben wir erstmal wieder Tag. Woanders einfach nur ganz normal. Ne? Und so. So. Da geht die Sonne schon wieder auf. Da ist schon aufgegangen vor langer Zeit. Na gut. So. Dass man dann hier hin, hier rüber läuft und dann hier halt einen... Hier noch ein Stückchen weiter. Da findet man halt eine Burg vor. Kann da reingehen und ich springe runter. Oh, ich habe sogar überlebt. Mensch. So. Nicht mal viel Schaden genommen. Okay. So. Die Frage ist nur, wie groß mache ich die Stadt? Ähm. Ähm. Ich würde ja fast sagen, bis hier. Bis hier. Ist glaube ich gar nicht so schlecht eigentlich. So. Hier muss ich aber trotzdem mal weg. Alter. Wie schnell der das weghaut bitte. Das ist doch nicht normal. Na gut. So. Weg muss das bis auf diese Höhe hier. Auf Meereshöhe. Genau. Okay. Gut. Das heißt hier also nochmal ein bisschen weghauen. So leid es mir tut. Aber wir müssen noch ein bisschen weghauen. Das Gras geht so langsam weg eh. Warum lässt sich das so extrem viel langsamer erbauen als normale Erde? Vielleicht wegen Behutsamkeit. Ich weiß es nicht. Schau dir mal an, wie schnell ich die normale Erde weghauhe. Und wie langsam das Gras. Jetzt habe ich überhaupt noch. Da habe ich noch Erde. So. Ich muss hier mal. Ähm. Ach naja. Mach ich später. So. Oder setze ich gleich mal hier hin. So. Moment. So. Okay. Jetzt haben wir hier erst mal. Die Brücke geht bis hier. Wo ist in die Mitte von der Brücke? Hier ist die Mitte. Hier ist die Mitte. Ich glaube ja. Dann mach ich hier mal. Hatsch. Mach hier mal einen Stein hin. Um zu signalisieren, dass hier die Mitte ist. So. Dann geht es immer noch ein Stückchen weiter. Bis. Hier irgendwo. Ups. Hier ist immer noch die Mitte. Ja. Okay. Das ist ein bisschen weit. Ja. Das ist ein bisschen weit. Ich mach mal hier noch mal einen hin. So. Einfach nur. Damit ich sehe. Okay. Da ist die Mitte von der Brücke. So. Dann. Können wir unter der Brücke normale Häuser bauen. Und über der Brücke. Erstmal kommen oben rauf noch Bäume. Und dann kommt hier oben halt. Eine Burg hin. Auf so einen kleinen Berg. Den wir noch anhäufen müssen. Leider. Das tut mir leid. Aber da müssen wir noch ein bisschen bauen. So. Und dann kann man da praktisch schon runter gehen. Dann muss ich mal gucken. So. Hm. Das ist ja blöd. Da werde ich noch ein bisschen bauen müssen. Ähm. Da weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll. Oh Gott. Es ist irgendwie blöd. Der macht hier. Wenn ich noch mal Erde zwischen hab. Dann ist die sofort weg. Und das Gras. Das brauchst du lange. Ja. Guck dir das doch an. Alter Schwede. Ja klar. Na klar. Na klar. Na klar. Ist doch. Ist doch klar. Ist doch logisch. Wie schnell das hier geht. Ehe. Bitte. Ist doch nicht normal. Na gut. So. Ich will nur Gras. Ich will kein Gras. Ich will. Was ist überhaupt auf der Schaufel jetzt drauf. Ach. Haltbarkeit 3 auch noch. Und Effizienz 3. Na toll. So. Abs. Hab ich ja richtig Glück gehabt. Mensch. Bei der Verzauberung. Das ist unfassbar. Na gut. Alter. Alter. Das ist so unnormal hier. Alter. So. Äh. Was gibst du jetzt 10? Ja. Ähm. Abgesehen von extrem schnellen Schaufeln hier. Alter Schwede. Boah. Jetzt hab ich alles voll mit Gras. Das ist so genial. So. Hops. Dann will ich erstmal hier wieder alles auf. Moment. So. Ich hoffe ich kann überhaupt noch was tragen. Kann ja im Nefer dann ein Dings errichten. Eine kleine Wohnstätte. Theoretisch. Weil dann kann ich da einfach Gras hin machen. Ein paar Bäume pflanzen. Ein bisschen was anbocken. Ne. Wasser kriegt. Wobei mit Kesseln geht das glaube ich sogar. Ein Feld. Hinten im Nefer. So. Moment. Was hab ich denn? Alter. Alles voll mit Gras. Ach man. Ne. Moment. Ich muss das ja gar nicht mehr auffüllen. Weil es ist ja schon auf der richtigen Höhe hier gewesen. Damit jetzt hab ich da gerade aufgefüllt. Das war natürlich total falsch. Der haut zu viel weg eh. Alter. Hier. Maschinengewehr. Schaufel. Das ist nicht normal. Alter. Na klar. Ja. Ne. Überhaupt nicht übertrieben. Oder so. Wow. Ich muss mich hier konzentrieren. Dass ich nicht zu viel weg haue. Und das geht trotzdem nicht. Er haut trotzdem zu viel weg. So. Moment. Also gut. Jetzt hab ich erstmal ein bisschen ausgehoben da. Wow. Schon wieder zu viel weg. Das gibt's nicht. Oh. Kohle. 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 Hätte ich mal die. Ach komm. Die Dingspitzhack lohnt sich da nicht für das bisschen Kohle. Ich mach da mal Erde rein. Mach hier mal überall Erde hin. Ist einfach übertrieben. Ja. Es ist. Ne. Also. Da hab ich auch keine Worte mehr für. So. Moment. Hier liegt auch noch Erde. Da ist schon wieder Gras gewachsen. Toll. Alter. Na klar. So. Terraforming hier. Ein bisschen. Okay. Das Gras geht so langsam weg. Das ist blöd. Das geht nicht wirklich schneller weg als mit der Metallschaufel. Also mit der Eisenschaufel. Ist ja Metall. So. Ähm. Wow. Ja. Ähm. So. Jetzt. Hab ich überhaupt richtig gebaut oder hab ich zu weit gebaut? Ne. Warte mal. Halt. Bis hier. Ne. Bis hier wollte ich. Okay. So. Moment. Also. Gut. Ups. Alter Schwede. Schaufel. Es geht auch praktisch nicht kaputt. Das ist ja auch genial. So. Bloß das Verzaubern nachher. Also das Reparieren wird wieder ewig viel Level kosten. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Okay. Bis wo baue ich das jetzt? Warte mal. Ich mach jetzt mal. Mach ich mal ne Markierung hier. Halt. Ist die Stadt vielleicht doch viereckig. Aber was soll's? So. Moment. Ähm. Bis. Ich muss mal zählen. Wie viel sind denn das jetzt? Ähm. Wie viel sind denn das jetzt? Von der Brücke aus? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Und eine Kuh. Äh. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Eins. Wanzig. Zwei. 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 Wunderbar. Und dann hier so. So. Und den Bereich muss ich dann wohl ausheben. Erstmal hier. Das wird dann eine Mauer hier. Da kann ich schon mal hinbauen. Ruhig. Ist ja nicht so problematisch, weil das ja eh eine Mauer wird. So. Okay. Gut. Dann. Ups. Bis wo muss ich denn? Ähm. Ich glaube, das reicht als Stadte. Stadte, oder? Ah. Von der Größe her könnte es vielleicht ausreichend sein. So. Haben wir hier die Brücke. Die führt zum Schloss. Okay. Und ansonsten. Ja. Muss ich mal gucken. So. Vielleicht mache ich hier wirklich so ein kleines. So eine Art unteres Viertel hier hinten hin. Sodass es ein bisschen tiefer gelegen ist. Weißt du? Ach. Da hinten ist schon wieder Schnee. Siehst du? Ach. Toll. So hier so ein bisschen tiefer gelegen. Weißt du? Dann kriege ich da noch ein bisschen Steine raus. Außerdem hat das so ein bisschen WoW-Feeling. So Schadraff und so. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Da gibt es auch so ein unteres Viertel, was ein bisschen tiefer gelegen war. Und so. Das war schon nicht schlecht eigentlich. Muss ich mir überlegen. Ob das vielleicht Sinn macht. Vielleicht so für okkulte Künste. Oder für. Ja. Weiß ich nicht. Was könnte denn im unteren Viertel sein? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Was könnte man da hinbauen? Was fällt mir jetzt gerade auch nichts ein? Äh. Unteres Viertel. Hm. Schwierig zu sagen, ne? So. Ok. Bin ich denn auf der richtigen Höhe? Das ist jetzt erstmal auch nochmal die Frage hier. Ja. Sieht so aus. Zumindest. Alter. Wie viel. Erde einfach. Es ist. Weil wie viel. Ich bin voll. Na sowas. Also fast voll. Das ist. Ja toll. Vier Erddinger kann ich auch mitnehmen. Das ist richtig viel. Ich muss mal abladen gehen. Moment.